Hallo allerseits! Wir hoffen, dass euch diese Videotutorials zur Autoreparatur von Autodoc gefallen. Das sind die Werkzeuge, die ihr braucht. Alle Artikel sind in der Autodoc App oder auf unserer Website erhältlich. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Die Autodoc App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Probieren Sie es selbst aus! 4. Entfernen Sie die Verkaufmutter. 5. Schrauben Sie die Befestigungse этом. 5.елейsternse das S8. Anfohon Sie die Gerät in die Kraft an. 6. Schrauben Sie die Ausatmutter an. 7. Schrauben Sie die Gerät in den Ferien. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. 13. Entfernen Sie die Bremss Germanenbettung mit dem ZD-40-Spray. 14. Entfernen Sie die Bremsschrauben und mit dem ZD-40-Spray. 15. Wachstigen Sie die Bremsschrauben auf einzelne Bremsschein Bremsschein. 9. Entfernen Sie eine Reaktionale mit Drahtbürste. 10. Installieren Sie die Schrauben der Bremsschrauben bei den Pfeffel. 13. Entfernen Sie den Bremsschrauben bei der Schrauben der Bremsschrauben und beziehen Sie den Bremsschrauben bei dem Bremsschrauben, den Bremsschrauben der Bremsschraubt fest. 10. Entfernen Sie die Tremschlüssel. 11. Schrauben Sie die Tremschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 21. Entfernen Sie den Bremsschatschern. 22. Stützen Sie die Befestigung des Bremsschans. 23. Entfernen Sie den Bremsschern. Benutzen Sie den Brems Curtze. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie Brot Remember, dass Sie eine Befestigung der Bremsleiter stehen. Verwenden Sie einen snachschnellen. 24. Kupfen Sie ein. 24. Stützen Sie ein, was Sie nur bei dem Bremsen und Sieg in den Bremsen kreifen. 25. An Howard environmentalraiten. 25. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Wenn ihr an einem Produkt interessiert seid, findet ihr den Link in der Beschreibung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 15. Schrauben Sie die Nutzung gegen die Kohlenballverlstation. 14. Entfernen Sie den Bremsblügel. 15. Entfernen Sie den Bremsblügel. 16. Schrauben Sie die Bremsschrauber an. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 5. Behandeln Sie die Hüse mit dem Kopfschuly ab. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Behandeln Sie die Hüse mit dem Federfestigen. Verwenden Sie WDT-40. 15. Anwenden Sie einen WD-40-Spray. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, évigelang sich. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Jungs. Verwenden Sie Entwurf den Drehmomentschlüssel. Bis zum nächsten Mal.